Ab jetzt wirklich zweimal die Woche 30 Minuten Cardio nach dem Workout. Bisschen frisch hier. Mal was anderes. Aber ich merke das noch ein bisschen hier in der Brust vor Muskelkater. Ich glaube, ich mache was anderes. So, hier ist jetzt besser. Komm, 30 Minuten. Oh, schon spät geworden. Das schaffe ich nicht mehr. Na, komm, nächster Workout. Ja, bro, geil, dass du dich jetzt auch anmeldest. Ja, neues Jahr. Ich habe richtig Bock, durchzustragen. Ey, geil, endlich angemeldet. Ich freue mich schon darauf, mal mit dir zusammen zu trainieren. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich dachte, wir müssen trainieren jetzt. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Ah, shit. Eigentlich, ich wollte doch alle Shaker immer direkt ausspülen. Der ist doch noch von gestern her. Und der ist von... War ich vorgestern? Nee, der muss älter sein. Und wo ist der her? Mann, Jonas, sprichst du dir ähnlich an. Das ganze Jahr 2022 hast du es nicht gemacht. Was soll schiefgehen? Hallo? Bist du öffne hier? Okay. Neues Jahr direkt mal mit einem Leck der Beginn. Dieses Jahr ziehe ich die wirklich durch. Ey, frohes Neues. Hast du Bock, Arme zu trainieren? Eigentlich wohl... Ja, okay, komm. ARD Text im Auftrag von Funk